Leute, it's that time of the year again! Same procedure as every year. Auch für 2022 zeige ich euch in meiner Hype-Prognose besonders tolle, spannende und schlaue neue Artists, die ihr euch unbedingt anhören solltet. Und ich sag's euch, da sind absolute Perlen dabei. Nur geiler Scheiß! Wen ihr 2022 safe auf dem Zettel haben solltet, das seht ihr jetzt mit Interviews. Letztes Jahr lag ich mit meiner Hype-Prognose für 2021 gar nicht mal so daneben. Aber diese Künstlerin kann man eigentlich nicht oft genug droppen. Lailas Dichter ist für mich einer der Hits des Jahres, sie hatte, vor allem in der ersten Jahreshälfte, nen krassen Run. Und auch Schmidt hat, finde ich, 2021 absolut abgeliefert. Wenn also 2021 Lailas und Schmidts Jahr war, könnte 2022 das von ihr werden. Lieber heißt eigentlich Paulina Lösch, ist 22 Jahre alt und am Starnberger See und in Berlin aufgewachsen. Da lebt sie auch heute noch. Der Tod des umstrittenen US-Rappers XXXTentacion 2018 war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Dass er dann so brutal aus dem Leben gerissen wurde, war schwierig für mich. Und ich hab irgendwie in dem Moment bereut, dass meine Musik noch nicht draußen war und dass ich das einfach nicht gemacht habe, weil ich mich nicht getraut habe. Und deswegen habe ich drei Tage später meinen ersten Song auf Soundcloud veröffentlicht, weil ich nichts bereuen will im Leben. Die Musik von Lipa erinnert mich manchmal am Gitarren-Pop-Sound von Oliver Rodrigo. Das ist Zeitgeist durch und durch. Lipa ist eine gute Beobachterin und hat eine Menge zu sagen. Ihr Song Switch Places zum Beispiel klingt beim ersten Hören ziemlich eingängig und happy, im Text geht es aber um Sexismus, den Frauen immer noch tagtäglich erleben müssten. Switch Places ist meine Kriministen-Hymne, Switch Places ist mein Moment, wo ich realisiert habe, dass ich sehr wohl von Sexismus betroffen bin, es nur in dieser Gesellschaft so gut kaschiert wird und so normalisiert wird, dass ich es lange selber nicht gesehen habe. Fans von Lipa dürften auch mit dem Sound von ihm hier was anfangen können. Bevan, halb Elevator-Boy, halb Rockstar. Bei ihm geht's ums Erwachsenwerden, sich finden und wieder verlieren. So klassische Coming-of-Age-Geschichten halt. Es wird mittlerweile ein bisschen romantisiert, so ein Missfit, ein Außenseiter zu sein, aber ich kenn's halt damals nur so meiner Kindheit und wie ich halt groß geworden bin, immer alleine zu sein, nicht wirklich viele Freunde zu haben, einfach ein Außenseiter zu sein. Und ich glaube, viele Leute fühlen so, viele Leute wissen, wie das ist, so einer zu sein einfach. Und deswegen finde ich auch den Song wichtig und deswegen bedeutet er auch sehr viel für mich. Und ich hab's auch deswegen tätowiert. In Bevans Musik kommen Pop-Punk-Gitarren und Sad Boy-Rap zusammen. Für mich hat das nen klaren Machine Gun Kelly-Vibe, den er auf Deutsch authentisch rüberbringt. Am stärksten finde ich ihn aber, wenn's musikalisch noch ein bissl rougher zugeht. Was ich an Bevan feier ist, dass er nicht nur in seinen Texten Emotionen wie Einsamkeit, Verzweiflung und Wut auf gesellschaftliche Normen anspricht. Die Gesellschaft erwartet von einem das und das. Die erwartet, dass man einen guten Abschluss macht, dass man mal für wen man arbeitet, dass man das und das macht und es fällt sehr vielen Leuten schwer, ihren Traum zu verfolgen. Und ich glaube, das macht es einfach insgesamt auch schwerer, dann erwachsen zu werden. Wer sich auch viele schlaue Gedanken über den Zustand der Gesellschaft macht, ist er hier. Absilon, Rapper aus Berlin-Moabit, schafft hier das schier Unmögliche. Gesellschaftskritischer Rap, der ohne weiteres auch im Club stattfinden kann. Manchmal lässt er die Musik aber auch komplett weg und legt den Fokus voll auf seine Texte. Männer, Egos brechen schnell wie eine Eisschicht. Mutter ist heilig, Schwester ist heilig, aber beim Rest der da bist du wie ein Haifisch. Als Kind aus einer türkischen Einwandererfamilie erzählt Absilon davon, wie es ist in Deutschland immer noch ausgeschlossen und diskriminiert zu werden, immer noch Angst haben zu müssen. Ganz ehrlich, ich bin Fan. Das ist exakt das, was Deutschrap 2022 braucht. Haltung. Ja, Hip-Hop ist ja auch als Kultur entstanden, als Gegenbewegung, gegen die bestehende Ordnung, aus Frust über die Verhältnisse irgendwie. Und ich glaube, Rap kann diesen Frust auch sehr authentisch und emotional rüberbringen, was viele andere Musikrichtungen oder Medien irgendwie nicht können. Und Absilon patscht seine Kritik in klare Worte. Wenn es um Racial Profiling und Rassismus geht, muss sich auf jeden Fall in Deutschland sehr viel ändern, würde ich sagen. Also auch auf grundlegender Ebene. Ich glaube, es bringt da auch nichts zu sagen, die Polizei muss netter sein und sensibler umgehen oder mehr Multikulti sein. Sondern es ist ja, der deutsche Staat ist ja in all seinen Institutionen, auch in der Justiz, auch in der Bundeswehr und auch in seiner ökonomischen Funktion und Gewalt ja von Rassismus durchzogen. Wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, dann hört euch den Typ an. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wen ich mir noch anhören muss. Wen habt ihr für 2022 groß auf dem Zettel? Los geht's! Und jetzt mit Start Nr. 4, Nina Tschuba. Die hat, und da bin ich mir sehr sicher, ein richtig gutes Jahr vor sich. Molly Moon aka Marie aus der Kinderserie Die Pfefferkörner. Das ist wie so eine kleine Familie gewesen über zweieinhalb Jahre und ich habe auch noch zu ein paar Leuten Kontakt. Früher war Nina Flynn aka Nina Kaiser aka Nina Tschuba Kinderschauspielerin und heute macht sie Rap. Apropos Kinderstar. Erkennt ihr den Süßi hier? Aber zurück zu jemandem, der tatsächlich talentiert ist. Nina Tschuba hat auch musikalisch eigentlich alles drauf. Sie singt krass, rappt krass und scheint auch super gut vernetzt zu sein. Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt. Übrigens, früher hat Nina Tschuba Songs auf Englisch gemacht und jetzt auf Deutsch. Anfangs war das für sie noch sehr ungewohnt. Solange ich nicht weiß, ob ich auf Deutsch wirklich Songwriten kann, will ich es auch nicht machen und dann habe ich es ausprobiert am Anfang diesen Jahres und es hat richtig gut geklappt und jetzt liebe ich es sehr. Also wenn DES 2022 nicht läuft, dann weiß ich es auch nicht. Auf wen ihr auch keinesfalls schlafen solltet. Edwin Rosen. Skater, Schwabe, Sonderling. Edwin Rosen ist auf jeden Fall ein Typ. Ihn umweht immer so ein morbid romantischer The Cure-Vibe. Deine Lippen sind lila, wie die Blumen, die ich dir nie kauf. Das ist textlich sehr besonders und musikalisch 80's-mäßig dark. Wenn du dich verlierst und im Kreis rennst und nicht sicher bist, dann alles, alles, alles brennt. Ästhetisch kommt Edwin Rosen immer so ein bisschen verträumt und rätselhaft drüber. Auf mich wirkt das Ganze, und gar nicht negativ gemeint, wie eine Arthouse-Version von Twilight. Ja, ich weiß, du bist nicht hier. Und trotzdem tue ich so, als satze ich mit dir. Hall und noch sehr viel mehr davon, VHS-Look und Teenage Angst. Neue, neue deutsche Welle nennt er das alles selber. Passt. 2022 könnte Edwin Rosens Breakthrough kommen. Dafür muss man jetzt auch kein Hellseher sein. Und bei Li Ning schaut das Ganze sehr, sehr ähnlich aus. Li Ning ist nicht nur Musiker, sondern auch Tänzer, Model, Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Sehr wichtig für ihn war seine Zeit als Kompase an der Oper. Das war tatsächlich sehr, sehr wegbereitend, weil ich auch unter anderem eine kleinere Hauptrolle in Porgy & Best gespielt habe, von Gershwin, eine südafrikanische Produktion. Und das ganze Team waren Dark-Skin, schwarze Menschen. Und die Community und die Energie damals war irgendwie so neu, das kannte ich aus Berlin überhaupt nicht. Und ich habe total gemerkt, das brauche ich. Der 25-jährige Berliner hat eine krasse Ausstrahlung und die passt perfekt auf seinen atmosphärischen Sound. Tracks wie Secret Island oder seine neue Single Can I Have This Dance sind richtig große Songs. Li Ning's Kunst ist geprägt von seinen Erfahrungen als schwarzer, queerer Mann. Es wird immer um Queerness gehen in meiner Musik. Es wird immer um Blackness gehen, um Intersektionalität. Aus dem einfachen Grund heraus, dass sich mein Projekt um meine Person dreht und ich eine queere, schwarze Person bin. Aber auch, weil ich der Meinung bin, dass wir als Gesellschaft nur wachsen können, wenn wir gemeinsam diese Themen angehen und daran arbeiten, dass wir Gleichheit schaffen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sein Sound live funktioniert und ich freue mich auf seinen Auftritt auf dem PULS Open Air 2022. Also, meine Newcomer-Artists für 2022 sind Li Ning, Edwin Rosen, Absilon, Lipa, Bevin und Nina Chuba. Hört ihr euch an. Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch vom ganzen Team der PULS Musik Analyse. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen munkeligen Winterschlaf und wir sehen uns Mitte Januar wieder. Tschüss! Cut bitte.